Hallo zusammen, hier ist Fydeutschela und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Astro. unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was wir von einem Ram-Up aus Nassiatar bekommen und zwar habe ich das gerade erhalten mit dem Twink, die Schattenschuppe. Und die kriegen wir von einem Ram-Up, der ein bisschen außerhalb der Map ist, da wo ich jetzt auch stehe. Und zwar heißt der Chassara und dieser befindet sich in einer Höhle hier bei den Koordinaten 62,8 bin ich jetzt hier, wo der Ram-Up ist und quasi der Eingang zur Höhle ist auf 63,12 in etwa. Der spawnt hier relativ zügig, also ich glaube so eine halbe Stunde oder so hat er etwa einen Respawn-Timer und ich habe den jetzt Jahr 10, 20 Mal umgehauen und dann hatte ich schlussendlich hier dieses Toy. Das setzen wir jetzt einmal ein und zwar verändert das so ein bisschen die Wahrnehmung. Schattenschuppe, hier haben wir es. Und zwar, wenn wir es einsetzen, ergreift die Schatten um die Schuppe und erlebt die Welt, als ob es Mitternacht wäre. Also eigentlich müsste es wahrscheinlich alles verdunkeln, da es ja hier jetzt eh ziemlich dunkel ist. Ja, muss ich erstmal gucken, dass wir rausgehen, dass wir schauen, ob sich dann wirklich was ändert. Jetzt gehen wir einmal hier rum und ihr seht, es ist hier schon ziemlich dunkel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir dann den Effekt sehen, wenn wir quasi das Ding hier anschmeißen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dunkler geworden ist. Vielleicht minimal ist, würde ich jetzt mal sagen, aber eher ist es halt schon ziemlich dunkel. Ich würde mich jetzt ganz gern hier rausporten, dann können wir es vielleicht mal testen. Wenn ich jetzt, warte mal, ich bin ja ein Paladin, ich kann ja Bubble, Ruhestein, oder? Geht das? Ah, dann schauen wir einfach gleich mal in Pandaria, wo ich mich jetzt hingeportet habe, ob es da dann dunkler ist, als es eigentlich im normalen, quasi am normalen Tag ist. Ich habe bloß fünf Jahre Ladebalken. So, jetzt, Schattenschuppe haben wir drin. Und, ähm, ja, 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 es ist gerade eigentlich mitten am Tag, 13 Uhr, und ihr seht, wir haben einen Sternenhimmel, einen Mond. Wobei, also da hinten sieht es irgendwie hell aus, und wenn wir hier oben hinschauen, ist es irgendwie dunkler. Warte mal, wenn wir jetzt die Schattenschuppe wegklicken? Ah, ui, lol. Seht ihr das, wie der Mond runterfällt und die Sonne kommt? Also quasi könnt ihr mit der Schattenschuppe euch einfach einen Nachthimmel herzaubern. Ist eine ganz schicke Sache, ist wieder ein tolles Meer. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.